schönen guten morgen liebe bobbart aktuell zu sehr ich stehe heute morgen mit dem dr peter sound hier im bobbart erham und ihr habt ja schon einen teil des beitrages zu den smaragdeidechsen gesehen und der peter hatte mir versprochen dass wir uns hier noch mal treffen und dass ich ihn dazu noch ein paar fragen stellen kann recht herzlichen dank dass du heute hingekommen ist dass du die zeit noch mal nimmst für uns und ich habe schon mal gesagt ich mir sind einfach noch so ein paar fragen offen geblieben ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht gewusst dass es im bobbart erham diese seltene smaragdeidechse gibt man sieht überall die maureidechsen das smaragdeidechse hatte ich vorher noch nie gesehen wie bist du überhaupt auf dieses thema aufmerksam geworden seit wann weißt du dass es die hier gibt und ich glaube du hast auch darüber eine arbeit gemacht wenn nicht sogar deine doktorarbeit vielleicht kannst du den bobbart aktuell zu sehr ja mal ein bisschen was dazu erzählen also das war 1991 gewesen da habe ich mal forschung angestellt an der universität über die smaragdechse und dann habe ich immer wieder literaturtextstellen gefunden die gesagt haben die smaragdechse gibt es im bobbart erham dann habe ich rumgesucht beim vvv beim ferdi benner und allem möglichen und habe gefragt wo ist sie denn überhaupt ja die ist da die musst du da irgendwo suchen bei der mandelsteinhütte ist sie irgendwo sagt aha wo denn da ganz genau und keiner wusste das dann habe ich einen lieben freund der inzwischen verstorben ist vom vom landesamt angerufen der wohnte in kampornhofen thomas böcker hieß der und er sagte zu mir ach was ich zeig sie dir ich zeig sie dir und dann ist er mit mir hierhin gefahren und hat mir genau sein die stellen gezeigt und die smaragdechse ist ja mit fast 40 zentimetern die größte eidechsenart die wir in mitteleuropa finden ist beeindruckend groß und wunderschön und dann habe ich gesagt als bobbart er ich will da mehr wissen darüber dann habe ich erst mal auf das landesamt ein bisschen gearbeitet um die smaragdechsen vorkommen hier in bobbart erham genau zu finden und irgendwann kam mein professor auf die idee du könntest ja die diplomarbeit darüber schreiben habe ich gesagt wunderbar da bin ich in bobbart und kann direkt schreiben ist auch kostengünstig muss nicht so viel geld dafür investieren ja und so kam eins zum anderen und irgendwann habe ich dann auch meine doktorarbeit über die smaragdechse geschrieben also dem bobbart dann ist es teilweise wahrscheinlich auch nicht bekannt gewesen dass wir so ein seltenes refugium hier von diesen tieren haben und es ist ja tatsächlich so dass wenn man nicht weiß wo der genaue standort ist und wann man die tiere entdecken kann dass man die auch kaum zu sehen bekommt wie bist du denn damals vorgegangen hast du dich einfach hier auf die lauer gelegt oder bist hier tagelang umhergelaufen weil ich sage ganz ehrlich ohne deine tipps zu den standorten wäre es wahrscheinlich unmöglich gewesen die tiere vor die videokamera zu bekommen es ist in der tat so sie kommt nicht überall im bobbart erham vor und es gibt auch viele leute die gesagt haben mein gott so eine große eidechse die muss ausgesetzt worden sein die ist irgendwie aus südeuropa hierhin gebracht worden aus italien aber tatsächlich ist schon 1857 im bobbart erham nachgewiesen worden da gibt es auch museums belege also insofern eindeutig die ist nicht eingeschleppt worden sondern die kam immer hier vor und ja ich hatte das glück wie gesagt dass jemand mir gezeigt hat wo die ersten smarkerdechsen saßen und dadurch kam ich quasi in die ökologie rein ich verstand immer mehr wo ich suchen muss also in der offenen felslandschaft oder hier auf asphalt oder im offenen weinberg da brauchst du die nicht zu suchen die smarkerdechse sucht immer versteckt immer deckung die will ein bombeergebüsch immer in der nähe haben weil über uns schweben die falken und die essen so eine frau smarkerdechse gern zum frühstück das ist ein gutes frühstück und insofern smarkerdechse weiß dass die verscheckt sich gerne also das tier steht auch hier wie man so schön sagt auch mächtig unter druck einmal durch fressfeinde aber ich sag mal hier ist ja auch aktiver weinbau drumherum das heißt sie werden zum teil auch obwohl ich glaube hier wird mehr handarbeit gemacht im bobbart erham maschinen sind hier weniger am einsatz aber ich sag mal das ist ja doch störend die tiere sind wahrscheinlich sehr sehr scheu wie viele standorte haben wir hier grob im bobbart erham oder ist das betrachtest du das als ein refugium oder wie du bist da der fachmann also die intensiv bewirtschafteten weinberge meidet sie meidet sie aber nicht wegen der arbeit der winzer sondern wegen der offenheit ja sie will dieses knallhart offene gelände will sie gar nicht haben weil da hat sie überhaupt keine deckung keinen schutz und wenn dann falke runter stößt von oben ja dann bist du hoffnungslos verloren und insofern geht sie eher gerne in die randbereiche andererseits ist der weinbau auch wichtig weil der weinbau hält das bobbart erham auch offen und weil der weinbau das bobbart erham offen hält hat die smarktricks dann immer die offenen standorte die sie braucht also totale verbuschung wald und so weiter meidet sie hier bei uns sie braucht diese offenen standorte um sich aufzuwärmen am morgen so am rand der weinberger da sitzt sie gerne jetzt haben wir überall das problem durch unsere klimakatastrophe die sich anbahnt das ist ja immer trockener wird stehen diese tiere auch dadurch unter druck und müssen wir davon ausgehen dass wir die vielleicht dass wir vielleicht dieses habitat hier in zukunft verlieren also das ist in der tat eine frage die wir uns so nie gestellt haben weil wir immer gedacht naja gut der klimawandel es wird wärmer ich sag mal italienischer vom klima das tut den smarktricks gut die dürre jahre 2018 19 und 20 haben uns eines besseren belehrt wir haben in dramatischer weise sehen müssen dass diese lagen hier wie im bobbart erham viel zu trocken wurden sie wurden staubtrocken und das will die smarktricks nicht die will gerne haben feuchte böden wo sie ihre eier ablegen kann wo die eier auch sozusagen durch die die feuchtigkeit und die wärme ausgebrütet werden wenn es dann staubtrocken wird gehen die eier auch kaputt und das führt so eine art wie die smarktricks über ist auch iberis bobbartensis massiv in schwierigkeiten das wäre jetzt auch schon die nächste frage gewesen diese wie heißt sie genau iberis bobbartensis oder iberis intermedia subspezius bobbartensis um botanisch genau zu sein okay dafür muss man glaube ich latein können das bei mir nicht der fall ist also die schleifen bluf man heißt sie glaube ich auch landläufig haben wir noch standorte hier und wann blüht die wann kann man die sehen oder ist das auch so was was versteckt geschützt gehalten werden muss damit die eine weitere überlebenschance hat also die landespflege kümmert sich auch seit 22 jahren darum das war auch so eine sache die ich dann irgendwann mal initiiert habe auch mit ferdi benner damals im vvv ich habe gefragt wo ist sie denn wo ist sie denn und jeder hat gesagt ja bobbartem aber keiner wusste es und dann haben wir dann gesucht sind die hänge hochgekraxelt da durch das strüpp und haben sie auch tatsächlich gefunden und ich habe die alte literatur von dem michael bach studiert der in den 50er jahren des letzten vorletzten jahrhunderts hier lehrer war am schulseminar und der dann die schleifenblume als erster hier tatsächlich an den standorten gefunden hat und er hat sie auch beschrieben und an dem standort den er damals gefunden hat der in der nähe der sesselbahn ist haben wir sie auch wieder entdeckt und seit der zeit seit 24 jahren pflegen wir die standorte von seiten der landespflege wir beauftragen immer einen unternehmer der sich um die pflanzen kümmert und leider seit der dürre müssen wir tatsächlich dafür sorgen dass wirklich die pflanzen gehätschelt werden und teilweise auch gegossen werden weil es viel zu trocken geworden ist im bau der ham wir haben ja eben also den blick hier über die umgebung schweifen lassen ich werde versuchen gleich noch das mit ein paar kamerabilder einzufangen der wald also das was hier früher mal wald war wie du auch sagt ist vor 25 jahren stand hier noch ein dichter wald der ist quasi in den letzten zehn jahren der ist weggetrocknet sag ich mal man sieht hier wirklich bäume die also ich würde sagen als laie betrachtet sehen die für mich tot aus ja da wächst kein blatt mehr dran die kleineren esse sind alle schon abgefallen überall schält sich die rinde ab also ist eigentlich ein bemitleidenswerter anblick und das haben wir eigentlich überall hier in den hochlagen die so ja die wohl zu trockene standorte sind peter eine frage habe ich noch ganz anderes thema weg von der schleifenblume weg von der smaragdeidechse du warst heute morgen beim swr glaube ich bei einem interview zu dem thema wolf und es wurde auch schon mal erzählt wir hätten auch hier gelegentlich wölfe die das gebiet durchstreifen oder kreuzen kannst du da dem bobber dann vielleicht ein bisschen was näheres dazu sagen also aktuell haben wir keine wolfsnachweise in bobbart und auch im mittelrheintal auszuschließen ist das inzwischen nicht der wolf ist ich sag mal flächendeckend in deutschland nachgewiesen und wir haben jedes jahr durchwandernde exemplare die aus italien kommen aus der alpenpopulation oder aus osteuropa und wie gesagt ausschließen kann man das nicht wir hatten schon hier bei karbach das ist ja nicht weit entfernt auch wolfsverdachtsfälle die wir leider nicht bestätigen konnten weil wir keine dna also meistens ist es so wenn wolfsverdacht ist dann haben wir entweder eine kotspur die können wir dna technisch analysieren oder ein riss von einem reh oder was auch immer und dann können wir die dna spur nehmen das haben wir leider hier in der umgebung von bob hat noch nicht immer wieder verdachtsfälle aber auszuschließen ist das absolut nicht mehr ich würde mich nicht wundern wenn morgen ein nachweis da wäre also muss man jederzeit damit rechnen und man kann mit rechenfug behaupten also das tier durchstreift gelegentlich auch unsere bereiche hier es ist nicht auszuschließen gibt es denn hier besondere lagen wo du sagen würdest wenn hier mal ein wolf in die gegend kommt und sich versucht hier ein revier ansässig zu machen wo ihr sagt das wäre so ein gebiet wo man denken könnte dass sich da ein wolf zu hause fühlt haben wir sowas überhaupt hier oder ist das ganze viel zu dicht besiedelt also ich sag mal früher hätte ich gesagt vielleicht die entlegenen waldlagen in den seitentälern wären geeignet wir wissen heute davon den erkenntnissen wo die wölfe sich in rheinland-pfalz angesiedelt haben dass ich sag mal dass so nicht haltbar ist also wie zum beispiel ich will ein beispiel geben im pfelserwald haben wir fast keine wolfsnachweise wir hätten immer gedacht der pfelserwald ist perfekt geeignet umgekehrt hat er schon im rheinhang bei unkel gab es schon einen wurf und ein rudel für eine kurze zeit für wenige jahre das hätten wir nie erwartet insofern kannst du nirgendwo sagen wo der auftritt wo er sich niederlässt und wo er verbleibt das ist immer eine unbekannte also man kann die einschätzung fällt vollkommen schwer man muss also wirklich gucken wo lässt das tier sich nieder also eine prognose für bestimmte gebiete gibt es eigentlich gar nicht peter ich sage recht herzlichen dank das war sehr interessant heute ich glaube da gab es noch den ein oder anderen interessanten punkt den du uns beleuchten konntest wo ich vorher keine aussage zu treffen konnte also vielen dank dafür und ich glaube wir sehen uns auch in kürzen noch mal in der hinteren dick da haben wir einen termin zusammen mit unserem ortsvorsteher ich weiß nicht wer kommt noch dazu also eingeladen sind bis jetzt manfred braun ehemaliger referent und der sgd nord der ist eigentlich ich sag mal eines der urgesteine im naturschutz in rheinland pfalz seit 50 jahren unterwegs und was er nicht kennt das gibt es nicht sage ich mal ganz ehrlich bei dem habe ich als junge gelernt dann kommt auch noch ein bachelor kandidat der in der hinteren dick die vogelarten kartiert hat der jetzt auch extra nach boppert gezogen ist quasi täglich kartiert und die ganzen arten findet das wird interessant kommt der bürgermeister auch das weiß ich im augenblick gar nicht ich glaube der ortsvorsteher kommt auf jeden fall der hat das organisiert würde mich freuen wenn der bürgermeister kommt weißt du noch den termin wann genau das war 23 4 soll das sein um 14 30 prima also wisst ihr alle bescheid wann wir uns wo treffen der hintere dick der treffpunkt ist wo das wird voraussichtlich das forstags buchenau sein prima peter ganz recht herzlichen dank dafür und wir gucken jetzt noch gemeinsam ob wir noch ein paar interessante sachen finden wo du noch ein bisschen was dazu erzählen kannst ja alles klar so und schon hat wieder meine tochter